Ich habe ein neues Video für euch und zwar, das ist eine Info, denn ich glaube, ihr habt schon gemerkt, dass in letzter Zeit nicht so viele Videos kommen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar ist der Grund, dass so einfach, dass es so ist, dass ich momentan nicht so viele Videos machen kann, weil mein Computer kaputt ist. Und einfach, dass es halt jetzt zur Zeit so, dass ich halt, meine Videotage sind normalerweise Samstag, weil unter der Woche habe ich wirklich keine Zeit. Ich habe dann eine Ganztagsschule. Nachher treffe ich mich ja meistens mit Freunden oder so. Und deswegen, ja, sind meine Wochentage eigentlich, wo ich Videos drehe, immer Samstag, Körntag und so. Und daher, dass ich morgen wahrscheinlich keine Zeit habe, habe ich es halt als Freude gemacht und es ist mittlerweile gerade um 20 Uhr. Es ist gleich 12. Es ist 15 Minuten, es war 12. Und ja, genau, das war eigentlich meine Info. Das war die wichtigste Info eigentlich, dass ich zur Zeit jetzt nicht so viele Videos machen kann, weil unser Computer zur Zeit halb Schrott ist. Und mein Handy halt auch. Ich brauche heute meine Kopfhörer, ja, meine Geschichte. Ähm, die werde ich euch dann irgendwann mal in einem einzelnen Video erzählen. Und, ähm, vorab, ich meine, wenn nicht, ich werde mir meine Kopfhörer holen. Und dann werde ich einen Knaller mit dem Handy erstellen. Weil ich filme, wie ihr wisst, mit dem Computer. Und deswegen geht das halt nicht so gut. Auch Logs oder so draußen. Ich finde, ich habe den Computer schlecht drin. Ich kann ja schlecht mit dem Kabel durch die Gegend laufen. Gehen. Also werde ich dann da einen Kanal erstellen. Dann werde ich euch den Kanalnamen in die Infobox schreiben. Wenn ich... Ich werde es auch dann noch sagen im Video. Wenn es mal so weit sein sollte. Was auch, glaube ich, bald so sein wird. Auf alle Fälle werde ich das halt auch machen. Und wenn ihr mit dem Elias Schrägstrich Alex Video sehen wollt. Er wollte seinen Echtznamen nicht nennen. Also, ja. Dann schreibt mir das auch nochmal in die Kommentare. Und ich freue mich, dass wir schon sieben Abonnenten haben. Gut für Baby Beauty Palace, die jetzt 100 Millionen Abonnenten hat. Für die ist das natürlich nicht. Besonders auch für mich halt schon. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die zehn Abonnenten werden sein sollen werden. Vielleicht mache ich da eine Verlosung. Und auf alle Fälle, ja. Ja. Ähm, was war das? Und wie ihr, glaube ich, am Hintergrund schon merkt. Ich habe mein Zimmer umgestellt. Das sieht jetzt ganz anders aus. Und ich habe als erstes mein Zimmer nochmal umgestellt. Also ich habe es da so vorher hier. Stand, wo ich jetzt sitze, war halt eines mein Bett. Ganz theoretisch müsste ich ja jetzt auf meinem Bett sitzen. Was halt jetzt nicht so ist. Auf alle Fälle habe ich mein Zimmer halt umgestellt. Und, ähm, davor habe ich es auch nochmal umgestellt. Aber das hat mir so gar nicht gefällt. Gar nicht gefallen, weil es ziemlich abgetrennt war. Also die Spielecke war abgetrennt. Schreibtisch war abgetrennt. Bett war abgetrennt. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Ich hatte einfach in der Mitte Null Platz. Es war alles in so kleine Karteien abgetrennt. Und deswegen habe ich jetzt mein Zimmer nochmal umgeklebt. Und ihr werdet diese Lokale schon öfter sehen, weil mein Computer muss auf einem richtig festen Standpunkt sein. Auf einem festen Untergrund. Weil auf dem Bett oder so filmen geht jetzt nicht, weil der Kalk kaputt ist. Also nicht wundern, wenn jetzt erstmal eine Woche oder zwei Wochen kein Video kommt. Ich versuche dieses Video auf alle Fälle hochzuladen. Ja, was war das? Ein Fuss. Und ich glaube, ich mache jetzt noch eine Routine. Aber ich kann halt vielleicht jetzt morgen Routine machen. Ich glaube, ich mache eine Schminkroutine. Ich würde sagen, ja, ciao. Und das war mein Video. Und nicht wundern, dass es so aussieht. Ich habe heute, weil es euch auffällt, sowas hier an. Ja, das ist so ein T-Shirt. Man muss was drunter ziehen, weil das sehr, naja, ganz transparent ist. Und auf alle Fälle, ja, meine heißere Stimme. Ich bin heute aufgewacht, habe mir so gedacht. Oh mein Gott, was ist mit meiner Stimme los? Fangen wir an zu husten. Ich habe gehustet, mein Hals tut Arsch weh. Ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe. Oder was da passiert ist mit mir. Also dann tat mein Hals mega weh. Ich weiß nicht, ich habe gehustet. Und mir fällt gerade auf, dass es gerade so aussieht, wie ich den ich kaum habe hätte. Auf alle Fälle, ich habe gehustet und mein Hals tat Arsch weh. Ich habe halt gehustet und mein Hals tat halt weh. Und ich muss auch ein bisschen leiser sitzen, weil man dann immer wöhnt. Und ich will ja nicht, dass ich alles mitkriege, was ich hier so filme. Obwohl es eigentlich auch egal wäre. Auf alle Fälle, ja. Ich glaube, ich mache ja, wie gesagt, jetzt gleich noch ein Video. Wenn ich mich nicht mehr will, dann so, hau, hau. Ähm, ja, kein Plan, was ich mache. Mal schauen. Mal klatschen. Vielleicht kommt auch noch ein Video mit meiner Katze. Und ja, ich werde da mal gucken. Vielleicht kommt auch ein Kleiderschrank-Video, weil das kann ich ja machen eigentlich. Weil mein... Was war ich eigentlich hinter meinem Kleiderschrank? Wo es sagt, schreiben wir mal in den Korre und Tag, ob euch diese Location besser gefällt. Obwohl ich ja die hinter der Haltung eigentlich gar nicht so schlecht fand. Aber die kann ich ja jetzt nicht mehr machen, weil da... Obwohl ich... Naja, nee, kann ich nicht. Und auf alle Fälle würde ich sagen Tschüss und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr versteht es. Und gebt da einen Daumen hoch und ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Also lasst ein Abo da. Und ich würde sagen Tschau. Abo, ihr Lieben.